Schade, schade, dass wir hier noch nicht schlafen können. Dann müssten wir uns vorsichtig weiteres Baumaterial holen und hoffen, dass wir nicht ganz viel Lass rein, das nehmen wir noch nicht. Ich habe das noch nicht wieder ausgelöst. so 3 von 5 ganze 3 von 5 hervorragend ich warte ja, ich bin leider ein bisschen nervös ich warte wirklich drauf, dass sie auf einmal Eingeborene auftauchen und uns angreifen die sind mit dem letzten Update wirklich ziemlich aggressiv geworden und da ist ja auch schon einer, wenn man von Teufel spricht ah, fall um, bleib liegen menschenskinder, bleib liegen was ist denn so, ist hier noch einer so, Medizin kann man nicht mitnehmen das ist die andere Leiche ein Stein so, die Leiche legen wir uns mal eben in unseren Lok in unseren Lok Slap dann werden wir die bei Gelegenheit mal auseinander nehmen und uns hier und uns hier schön viele Effici-Zinn bauen dass wir hier echt mal in Ruhe gelassen werden und lange werden echt nicht mehr angehen wahrscheinlich befinden wir uns hier wirklich auf so eine Hauptkute von denen deswegen uns hier immer wieder angreifen oder einfach nur so, oh, da ist was das haben nicht wir gebaut gehen wir mal drauf los hauen wir den mal gleich ein auf die Arme zeigen wir den gleich mal, dass der hier nicht willkommen ist so, irgendwie kann ich Steine nicht mitnehmen warum, ah, weil ich gerade voll bin mit Steinen so, auch noch Essen zwischen hier mal was wieder hinhängen dass wir hier wirklich wieder genügend Essen haben ein Fischi und noch ein Fischi und dann mit dem Neuki und dann mit dem Fischi den hauen wir uns direkt mal auf dem Sill auch wenn wir keinen Hunger mehr haben, aber ein bisschen obligatorisch dass wir hier was Futtern haben machen wir uns hier erstmal ein schönes kleines Abendbrot fertig und warten mal ab ob wir die Stimme wieder angebrochen werden es wäre schön, wenn wir wirklich mal so zwei, drei Folgen lang nur, oh jetzt schauen wir nicht mehr ganz gut das sieht auch gerade interessant aus wenn wir auch mal was brennend lang kann aber auch sein, dass das nicht gerade nur so aussah und seit dem letzten Feuermutanten habe ich ja auch mal ein bisschen Schiss dass wir irgendwo ein Feuermutanten haben, dass wir hier irgendwo ein Feuermutanten wissen, dass wir hier wieder auf unsere Bauwerke drauf losgehen da war einen Lok zu wenig wir müssen aber gut getarnt sein vielleicht können wir jetzt ja schlafen ja fast wir können dann gleich schlafen es dauert nur noch einen Augenblick wollte ich sagen so jetzt sehen wir auch wieder was wir hier tun wir wollen was trinken nehmen wir euch mal eine von den Leichen vorne müsste unser Effigia stehen schön fachgedämpfte Teil ich glaube ein Beinchen können wir hier auch noch rein machen, oder? ein Ärmchen so noch ein Ärmchen und ein Beinchen so aber ein wunderschönes Effigia das Käsefußes Effigia wir wollen Moran Eggs wieder ausrüsten die Axt nicht die blöde Leuchtpristole oder können wir uns eigentlich auch mal Munition wiederholen kommt das ja nicht weit weg da liegt ja Munition drin was mich persönlich je mal reizen würde wäre das Katana zu finden wenn es das für einen Singleplayer überhaupt gibt oder nicht dass das hier nur den Multiplayer-Modus vorbehalten wird im Multiplayer-Modus habe ich das einmal gefunden danach nie wieder danach nie wieder so unsere Tür ist fertig ich brauchen wir ja nur noch 78 Loks mit dem Barrikaden eingerechnet das ist ja nix das ist ja nix das ist ja nix das ist grad mal die Hälfte von dem was wir für das Fundament gebraucht haben ich mach ich mal nur Sparwelt schon echt eine Menge wir haben hier zwar massig Bäume rumstehen aber das wird bestimmt wieder seine Zeit dauern dass wir die alle gefällt haben vielleicht das könnt ihr ja mal in den Kommentaren schreiben was ihr von der Idee haltet ich bin da ein bisschen zwiegespalten vielleicht sollten wir aber einmal in diesen Veganer-Modus wechseln und wir kriegen Besuch ich hab da eben mal was gehört vielleicht sollten wir zum Bauen wirklich mal einmal in den Veganer-Modus wechseln dass wir hier mal wieder genügend Baumstämme zusammensammeln können ein bisschen hier vorbauen können ein bisschen hier vorbauen können dann werden wir zumindest das nötigste schon mal wieder fertig ALTER ALTER wir kriegen hier einen Besuch und zwar sehr sehr unerfreulichen Besuch wo ist er hin? da hinten ist er da hinten ist er Galoppel-Heinz hat uns gefunden oder es ist Wuschiklaus und wir haben ihn nicht getroffen nein und wir haben ihn nicht getroffen ok 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 die Torderns hier irgendwas katutt macht wieso werden wir hier jetzt einen Mutanten einen Spider-Mutanten besuchen jojojojo beschwer dich mal beschwer dich mal wo ist er hin? er zerstört uns hier hinten nicht alles da unten ist er ja da unten ist er ja nein haben wir den mit Harz für den? ok jetzt auf jeden Fall yeah da haben wir ihn erwischt komm, jetzt sind die Molotow-Cocktail an ich wollte jetzt schon fast in den Nahkampfladen schnell die Molotow-Cocktail aneck komm her du Misty und wir haben den Spider-Mutanten erledigt und wir haben den Spider-Mutanten erledigt schade, dass wir den wahrscheinlich nicht auseinander nehmen können dieses ekelhafte Misty diese ekelhafte Misty dafür haben wir ihn jetzt gut gesetzt wuaah ist das ekelhaft ist das ekelhaft ist das ekelhaft wir haben einen Spinn-Mutanten erledigt da können wir sogar ein klein wenig stolz sein da können wir sogar ein klein wenig stolz sein da können wir stolz drauf sein, dass wir hier unbeschadet die Schlacht überstanden haben und da haben wir auch noch mal besucht ob man es im Hintergrund da hören konnte gerade und ich sollte mir echt mal abgewöhnen Handy und so weiter alles auszustellen wenn ich aufnehme du kleiner Schwinner soo liegen bleiben mein Freund soo hier gehen ganze Baumstämme hin da waren zwei mehr hatten wir nicht da habe ich noch einen Stein und wir konnten tatsächlich sogar verhindern dass der Mutant direkt auf unsere Bauwerke drauf losgeht ich habe diesen Singleplayer auch schon erlebt ich habe etwas aufgebaut zwei, drei Wände hochgezogen und bevor ich überhaupt fertig geworden bin kam da schon so ein Spider-Mutant an und hat mir hier alles auseinander genommen wie hier sondern im Singleplayer-Speicherstand beziehungsweise in meinem privaten Speicherstand hier bin ich aber gerade ein klein wenig stolz drauf dass wir es geschafft haben, dass der gar nicht erst an unsere Basis rankommt da brauchen wir natürlich auch noch massig Steine und natürlich immer noch Loks dann nehmen wir die Leiche mal raus zerlegen wir direkt fachgerecht dann bauen wir uns hier vielleicht noch ein weiteres Offizji nur vor sich selber dann bauen wir uns hier vielleicht noch ein weiteres Offizji ja natürlich brauchen wir erstmal viele Steine ne eine eingeborene Waffe die können wir nicht mitnehmen die Steine müssen wir schon gleich in irgendeinem Platz haben das tun ich vielleicht mal nach was essen steine mehr können wir nicht mitnehmen so Mist ok und wir brauchen Sticks wir brauchen jetzt ganz schnell Masse Sticks da haben wir Glück rüber schwer schade ich wollte eigentlich jetzt leine tun da sind Bambis da sind Bambis dann lassen wir mal die Waschbären Waschbären sein und die Bambis Bambis sein wir müssen zusehen, dass wir da oben ganz schnell zertet werden bevor die nächste Angriffe ermitteln ich habe das Gefühl, je mehr man für Verteidigung baut desto schneller kommen hier auch die Feinde wieder angerannt und desto härter werden die Angriffe werden so dann machen wir noch 3 Steine da auch ne dann machen wir jetzt nur noch 2 da sind 5 Steine warum der mir auch hier immer anzeigt, dass wir 7 und 4 ah, neben den Steinmauer was haben da kommen hier noch viele Steine da sind schon fertig genau hier brauchen wir die Steinmauer sehr, sehr, sehr viele Steine ah, und für unseren Offici brauchen wir ja auch noch welche das sind auch nur 3 die wir brauchen ich freue mich ich freue mich ich freue mich wir haben gerade einen dicken Mutanten erledigt bevor der überhaupt Schaden bei uns anrichten konnte bevor der uns überhaupt treffen konnte und bevor der bei unserer Basis irgendwas kaputthauen konnte das freut mich ah, die haben die 4 Affidges gebaut so kommen wir auch an Material nehmen so, da steht unsere die da ich hoffe ich habe gerade was gehört oder habe ich mich da verhört So. 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 Da haben wir hier auch schon mal welche, ein paar Ärmchen dran. Und einen weiteren Effizien. Aber im klein wenig sind wir hier jetzt schon abgesichert. Ich freue mich immer noch, dass wir den Mutanten erledigt haben. Einmal, dass wir den Mutanten erledigt haben. Und zum anderen, dass wir den gerade richtig schön auseinandergenommen haben. Wir gehen jetzt schon mal in unsere Basis. Und mit diesen Eindrücken entlasse ich euch aus dieser Folge. Bis dahin. So. So. So.